Nun folgen die Holstenhallen-Events. Vom 30. bis 1. November lohnt sich ein Besuch der Holsteiner Pferdetage. Am 2. November verzaubert das Konzert des Holsteinischen Kammerorchesters im Festsaal der Stadthalle. Zur Rindeauktion geht es am 6. November in der Auktionshalle der Holstenhallen. Am 8. und 9. November findet die Messe Gesund und Aktiv Schleswig-Holstein statt.